jausen bei instagram kannst du jetzt kohle verdienen mit livestreams ich habe über 250 taten schon gemacht ich zeige dir gleich um was es geht nach dem intro geht's los bis dahin abonniert schon mal den kanal und lassen daumen nach oben da wenn ich solche themen interessieren du stellst fragen und ich beantwortet der frack den show auf instagram gibt es immer mehr möglichkeiten für dich als creator kohle zu verdienen auch mit livestreams dafür gibt es sogenannte abzeichen die die dann zuschauer schicken können oder auch livestream boni wir schauen jetzt mal direkt rein in mein instagram damit du mal siehst was da geht ich habe das zeug auch schon mal ausprobiert und habe damit auch schon ein bisschen kohle gemacht ein bisschen meine ich über 250 takten katschen jetzt gehen wir mal rauf auf mein handy und gucken mal rein was bei instagram so geht also im endeffekt möchte ich dir heute mal zeigen wie du mit abzeichen und instagram live boni geld verdienen kannst und bei mir findet man diesen ganzen abschnitt in dem menü unter einstellungen und dann bei creator folgen sie jetzt mal der punkt wenn du hier bei dir noch nicht diesen abzeichen button siehst dann bist du dafür noch nicht freigeschalten es gibt gewisse richtlinien und grundvoraussetzungen google den shit einfach mal abzeichen instagram gibt es eine hilfeseite steht alles drin darfst halt nicht gegen gemeinschaftsrichtlinien et cetera verstoßen eine meiner besten freundinnen anna die ja zum beispiel keine abzeichen obwohl sie sehr viele follower hat also es liegt nicht an den followern auch du kannst damit geld verdienen aber achte darauf dass du die grundvoraussetzungen erfüllst und wir gucken jetzt mal rein was bei mir so gegangen ist die abzeichen habe ich schon länger das bedeutet es ist schon länger möglich für zuschauerinnen in meinem livestream mir ein abzeichen zu schicken das kostet ein bisschen geld und ich bekomme dafür was ab und die bekommen dann so ein schönes zeichen bei ihren namen und fallen dann eben auf im live stream ist eine schöne möglichkeit um die creator oder creatorinnen zu unterstützen in dem fall mich und jetzt gucken wir mal rein was ich damit schon so gemacht habe als allererstes gehen wir mal hier oben auf geschätzte einnahmen wenn jetzt hier mal guckst ich habe insgesamt schon 286 dollar und 75 cent mit instagram live streams verdient und davon kommen ein paar kröten von den abzeichen ich kann euch das mal zeigen hier in diesem live stream habe ich zum beispiel sieben abzeichen geschickt bekommen von diesen supportern hier sieht man auch noch mal wer was geschickt hat kannst dich dann auch bei den leuten bedanken falls dich jetzt fragst was sind dafür komische zahlen oben wenn jemanden abzeichen so ein dreier abzeichen kauf bekommt er drei herzen wenn jemand zum beispiel 10 1 abzeichen kauft siehst du da oben drei herzen und dann der plus 10 oder sowas checkt das einfach mal für dich ab und die andere kohle habe ich mit sogenannten meilensteinboni gemacht instagram setzt dir gewisse herausforderungen sagt du als creator der für abzeichen freigeschalten ist wenn du jetzt 15 minuten live gehst geben wir dir einen bonus von 100 tacken das habe ich natürlich geschafft ich zeig dir das hier mal ich gehe ja gerne gerne live und hier unter meilensteine für abzeichen siehst du auch welche meilensteine es gibt der erste war quasi 15 minuten live gehen habe ich 100 dollar bekommen der zweite meilenstein war gehe 30 minuten mit einer anderen person live und dafür habe ich 150 dollar bekommen und jetzt bin ich gerade dabei mir den nächsten bonus zu verdienen und das lustige dabei ist diesen bonus kann man anscheinend mehrfach verdienen was muss ich dafür machen ich muss innerhalb von sieben tagen 15 minuten live gehen und innerhalb der nächsten sieben tage dann auch insgesamt vier wochen aneinander jeweils 15 minuten pro woche live und dann bekomme ich einen bonus von 250 dollar einfach so von instagram ich bin es gerade in der ersten woche ich werde das mal durchziehen und ich hoffe ja es steht da drin dass man den mehrfach verdienen kann dass ich die nächsten monate wenn ich immer wieder einmal die woche 15 minuten live gehe jeden monat mir diese kohle ziehen kann checkt man auch mal für dich ab was die voraussetzungen sind du musst erst mal ein auszahlungskonto einrichten hier bei dir in der app du brauchst einen creator oder unternehmens account und dann kannst du wirklich geld verdienen bei instagram falls du dafür noch nicht freigeschalten wurde es jedoch ab und zu mal live vielleicht hat das was damit zu tun wenn sie merken dein account geht nie live warum sollten sie sich dafür freischalten ich kann es euch aber nicht genau sagen wann man es bekommt und man nicht und auch wenn du kein geld für deine live streams bekommst teste das live format mal aus alles geht in die richtung live streaming et cetera und wenn du dann irgendwann mal Geld damit verdienen kannst dann bist du wenigstens gut vorbereitet inhaltlich und skilltechnisch wenn wir das video gefallen lässt und daumen nach oben da abonnierst den kanal und wenn du mehr solche tipps haben willst und die ganz schnell kommen rein in die den gang bei patreon dort kommt die url ach so die findet man ja unten in der beschreibung und jetzt noch mal dankeschön an den urheber dieses bildes er nie oder sein künstlernamen nesto geiler typ kalle eichhörnchen das ganze in einem pop artigen stil den ich liebe ich liebe dich und ich liebe auch alle leute in meiner den gang haut rein peace